Einbaudokumentation bei einem Actros MP4, 18 Tonnen, 450 PS. Um unsere Bekleidung zu öffnen, sind unten hier Schnappverschlüsse. Vorher sollte man die Abdeckung, Kunststoffabdeckung vom Fußboden noch wegheben. Und wenn man die zwei Öffnen oben offen hat, ist es unten nur noch eingelegt. Des Weiteren ist die Abdeckung auf der Beifahrerseite an der Unterseite mit zwei Schrauben befestigt. Nach Entfernung der Blendeleisten, die geklippt sind, lösen wir diese drei Schrauben. Hier weiterführend lösen wir diese Schraube, diese, diese und diese. Und um diese obere Abdeckung abzunehmen, lösen wir diese und diese Schraube. Um diese Abdeckung hier abzunehmen, klicken wir einfach hier hoch. Links auf der Fahrerseite in der Front lösen wir weitere vier Schrauben, um die Abdeckung vorderhalb vom Armaturenbrett zu entfernen. Um die Armaturenablage zu demontieren, gibt es jetzt hier eine, zwei, drei, vier Schrauben, die jetzt gelöst werden. Und dann kann man auch die Abdeckung entnehmen. Bei den Actos MP4 gibt es mehrere Einbaumöglichkeiten für das GBS Auge in One V2. So hat man die Möglichkeit, von den Marktbegleitern erhältlich einen Halter von Mercedes für das sogenannte Fleetboard für das GBS Auge in One V2 anzubringen, sofern der vorhanden ist. Alternativ gibt es spezielle Halter von Arad. So haben wir hier jetzt diesen in Verwendung. Hier gibt es noch einen ohne diese Telefonauflageschale. Des Weiteren hat man auch die Möglichkeit, hier oben das Gerät zu montieren oder auch in diesem Fach. Das Ganze sollte immer mit dem Kunden abgestimmt werden, sodass die ideale Position für den Fahrer gefunden wird. Zur einfachen Montage werden an dieser Stelle weitere Abdeckungen entfernt, wie im Bild gezeigt. Damit hier weiter abgebaut werden kann, muss etwas das Ganze hervorgezogen werden. Und hier befindet sich jetzt eine weitere Schraube, die wir auflösen. Mit einem kontrollierten Druck entfernen wir etwas diese Blende. Die ist hier unten geklickt. Drei Stellen. Und haben jetzt dadurch die Möglichkeit, durch diese Öffnung die Kabelführung hier anzubringen. Das ist hier oben. Zur schöneren Durchführung nutzen wir jetzt so eine Gummidülle, um es hier von der Optik her zu verfeinern. Also eigentlich braucht man zum Betrieb nur zum Minus, das haben wir hier vom 24 Volt Zigarettenanzünder genommen. Wichtig ist, dass man von 24 Volt die Versorgungsspannung nimmt. Die 12 Volt über die Spannungswandler sollte man nicht nehmen, weil über die Portspannung da verschiedene Auswertungen gemacht werden. Ob der digitale Tacho für den Remote Download genutzt werden kann, überprüfen wir anhand der Versionsnummer. Hierzu öffnen wir den Druckerschaft, nehmen die Druckerrolle und vergewissern uns hier unten anhand der Versionsnummer. Hier finden wir einen Tacho Version 1.4. Diese ist für den Remote Download nutzbar. Allerdings hat man hier die Aufgabe, dass das Fahrzeug eingeschaltet sein muss, also Zündung an sein muss für den Remote Download. Ab der Version 2.0 muss dies nicht mehr der Fall sein. Die spielt zwar keine wesentliche Rolle, da die Software die Fahrzeugaktivität automatisch erkennt. Jedoch ist der Vorteil bei der Version 2.0 bzw. ab der Version 2.0, dass der Download auch während des Fahrzeugstillstands getätigt werden kann. Hier ist ein vorhandenes Telematik-System, das jetzt hier demontiert wird und dementsprechend klemmen wir jetzt von dem bisherigen Anschluss vom digitalen Tacho hier diese Verkabelung auch wieder ab, um dann die neue Verkabelung vom GPS-Auge im Boden anzubringen. Da das vorhandene System bislang keinen Remote Download für den digitalen Tacho tätigte oder auch die Kontaktierung hier zum digitalen Tacho entweder versehentlich oder bewusst so nicht gewählt, dass hier der Download getätigt werden kann, dies korrigieren wir wieder, indem wir diesen Stecker wieder anbringen, um dann die KN2-Leitung des digitalen Tachos zu belegen, um die Authentifizierung für den Remote Download vorzunehmen, um so den Remote Download zu ermöglichen. Zur Kontaktierung müssen wir auch die Plomber entfernen. Jetzt werden wir später dann einen speziellen Aufkleber anbringen, der dies erläutert, warum dies getan wurde. Und damit hier dann diese Blende entnommen werden kann, nutzen wir jetzt Torx mit der Größe D8 und entfernen hier die Schraube. Das hier im Bild gezeigte Kabel mit dem blauen und schwarzen Stecker ist die Kontaktierungsmöglichkeit für das Fleetboard System. An diesen Kontaktierungen lässt sich sowohl der Fahrzeugtelemetrieabgriff tätigen, als auch der Abgriff für den Remote Download. Um generell jedoch Telemetriedaten von dieser Schnittstelle oder von einem anderen Kontaktierungspunkt im Fahrzeug abzugreifen, muss vorausgesetzt sein, dass das Cotel Interface aktiviert wurde. Wie das Cotel Interface aktiviert werden kann, wird nachfolgend gezeigt. Das ist jetzt die Bildschirmaske vom Startdiagnose. Ich muss theoretisch in das PSM-Modul reingehen und die Parameter suchen von der Telematikdienste. Deshalb gehe ich auf die Steuergeräteanpassung, die Parametrierung, Allgemeiner Parametersatz, und dann muss ich auf den Telematikdienst Nr. 900 alle Parametri. Und da habe ich das Beispiel aktiv, nicht aktiv, nicht aktiv, nicht aktiv. Das einzige muss aktiv sein, die Cotel Schnittstelle. Der Rest darf nicht aktiv sein. In Verbindung mit dem im Bild gezeigten Kabel besteht nach der Aktivierung des Cotel Interfaces durch die Kontaktierung des Kabels an den vorhandenen Fleetboard-Anschluss die Möglichkeit, den Fleetboard-Anschluss in den Standard-FMS-Anschluss umzuwandeln. Selbstverständlich ist ein Direktabgriff ebenso möglich. In unserem gezeigten Beispiel kontaktieren wir jedoch alle Anschlusspunkte unterhalb der rechten Beifahrerseite. Da das GPS-Auge in OneFar 2 über zwei Kontaktierungsanschlüsse zur Telemetriekontaktierung verfügt, nutzen wir zunächst einen Anschluss zur induktiven Kontaktierung des Motor-Camp-Buses. Das sind induktive Abnehmer für den Camp-Bus. Hier sind solche Vertiefungen, da wird das Kabel reingelegt. Neugelegt? Neugelegt? Ja. Über die Bahn? Ja. Hier? Da steht kein Low und High auf der Leiterplatte. Rot, rote LED heißt, dass es Strom hat und grüne LED heißt, dass es funktioniert. Ja. Dass es keinen Daten bekommt. Das kann jetzt nicht grün leuchten, weil... Nein, weil da nichts da ist. Und wenn es jetzt nicht grün leuchtet, dann ist etwas faul dann. Zum Beispiel kann High und Low vertauscht. Ja, dass ich, wenn ich keinen High und Low vertauscht habe, dann... Ja. Ja. Und wie geht's hier dann jetzt einfach nur ein bisschen auf? Ah, ja. Wenn die Polarisierung von Can High, Can Low nicht bekannt ist, kann man mit einem ganz einfachen Trick das Ganze auch nochmal rausfinden. Dazu stehen wir das Voltmeter auf die Spannungsmessung und gehen mit dem Massekontakt auf Masse und schauen jetzt hier zunächst uns das grüne Kabel an und schauen wir, wie viel Stromaufnahme wir haben, beziehungsweise Stromabgabe, 2,3 Volt. Da würde ich jetzt vermuten, dass das Can High ist. Wir gehen jetzt auf das blaue Kabel und schauen, wie viel wir hier haben. Hier haben wir 2,8. Okay, da habe ich mich jetzt vertan. Das heißt, dann ist das blaue Can High und das grüne Can Low. Also immer das Spannungshöhere ist das Can High. Die Belegung von Can Crocodile kann anhand des mitgelieferten Schaltplans entnommen werden. Also 1 und 2 Plus und Minus ist das Mindeste. Die 3,8 Volt Out braucht ihr normalerweise nicht. Das ist dann in Verbindung mit Digitaleingängen mit einer Inputbox. Da könnte man Signale von Nebenantrieben oder sonstigen anschließen. Frequenzeingang für Tacho-Signale zum Beispiel. COM für eine serielle Schnittstelle. Die hier sind jetzt eigentlich bei jedem angeschlossen. D8 Digitaler Tacho, Can High Digitaler Tacho, Can Low Digitaler Tacho. Das brauchen wir nicht. Die gehören noch zur selben Schnittstelle. Und hier sind die 4, Can 1 High, Can 1 Low. Das sind im Prinzip die induktiven Abnehmer. Hier haben wir USB, 5V USB, USB D Plus, D Minus, USB Ground. Da könnte man zum Beispiel eine USB Buchse anschließen. Drucker Scanner. Ja, Drucker Scanner. Das haben wir jetzt mit dem ersten Mal auch nicht. Dann lassen wir das erste Mal weg. Hier hätten wir Audio Ground, Audio Out links, Audio Out rechts und Mute. Da kann man sogenanntes AUXGATE anschließen. Kann man sogenanntes AUXGATE anschließen. Dann erfolgt die Sprachausgabe über die fahrzeugseitig eingebauten Lautsprecher. Der Halter, der hier genutzt wird von ARAD, wird hier vorne eingeklipst und zweimal hier oben verschraubt und findet so seine Fixierung. Eine weitere Montagemöglichkeit mittels eines ARAD-Halters zeigen wir hier nachfolgend. Bei dieser alternativen Lösung verlegen wir das Kabel unmittelbar hinter dem Halter in die Fahrzeugverkleidung. Hierzu wurde mittels einem 14er Bohrer in die Halterung ein Loch gebohrt. Das Kabel verlegen wir weiterführend in die dahinter liegende Öffnung. Anschlüsse löten wir alle, möglichst unter der Verwendung von Schrumpfschlauch. V-Lenser, Lüsterklemmen, Schnellverbinder sollen vermieden werden. Was möglich ist, sind die Schrumpfverbinder mit integriertem Lödsinn. Die kann man auch freuen. Zur stabileren Arretierung des Halters nutzen wir den Halter als Hebelwerkzeug, um die Aufnahmeschale fester zu fixieren. Die Kontaktierung für den Remote-Download und den Abgriff der FME-Schnittstelle bzw. der Telemetrieschnittstelle von Mercedes. Bei diesem Einbau ist man nicht hier oben vorgenommen, sondern hier unten, was wir gleich zeigen werden, wo die genaue Position ist, sondern hier unten. Somit haben wir hier den digitalen Fahrtenschreiber an das violette und an das braun-weiße Kabel hier direkt angeschlossen. Die Besonderheit beim MP4 ist, dass sowohl der Anschluss von dem digitalen Tacho KAN 2 als auch die Telemetrieschnittstelle dieselbe ist. Somit kontaktieren wir jetzt beim GPS-Auge in One in der Doppelbrücke sowohl den Anschluss für KAN High, KAN Low für den ersten KAN Bus vom GPS-Auge in One, als auch die Kontaktierung von KAN High, KAN Low für den Remote-Download. Und hierzu schauen wir auch gleich nochmal in die Dokumentation. Für den Remote-Download ist es in dem Fall das Kabel 13 und 14. Und für die zweite Brücke, also für den Brückenschlag, ist dann 17 und 18 oder wahlweise, wenn das schon belegt ist, 19 und 20 zu verwenden. Wir verwenden hier jetzt 17 und 18 und brücken das Ganze, wie gesagt, mit 13 und 14, was man hier jetzt auch sieht. Und bringen das mit der Kontaktierung von dem Telemetrieanschluss von MP4 zusammen. Beim Verlegen von Anschlusskabel von GPS-Auge in One V2 achten wir immer darauf, dass die Anbringung, die Ausrichtung des Steckers pyramidenfärmig nach oben geht, weil der Anschluss für das GPS-Auge in One V2 genau so zu kontaktieren ist und dann muss man das Kabel nicht unnötig noch verdrehen. Zur Überprüfung, ob Telemetriedaten kommen, müssen wir zunächst die Zündung einschalten. Sofern das GPS-Auge in One V2 dann Telemetriedaten erkennt, wird hier oben das Ganze per Symbol signalisiert. Es gibt zwei Symbolvarianten. Einmal das Symbol FMS kann in roter Variante, was dann bedeutet, dass Fahrzeugtelemetriedaten kontaktiert sind, jedoch diese nicht erkannt werden. Rechte das Symbol weiß, bedeutet dies dann, dass Fahrzeugtelemetriedaten erkannt werden und diese auch korrekt übermittelt werden, weil sie dementsprechend erkannt werden. Und wir warten jetzt noch ganz kurz. Wartezeit für den Erstsuchlauf ist bis zwei Minuten. Das heißt, hier läuft jetzt im Hintergrund ein Programm, wo schaut, welcher Fahrzeugtyp hier vorliegt. Sobald der Fahrzeugtyp erkannt ist, wird dann die Symbolik eingeblendet. Sollte man der Meinung sein, dass die Kontaktierung korrekt ist, jedoch die Anzeige nicht erscheint, gibt es noch die Möglichkeit, nochmals einen Reset auszulösen, einen Hardware-Reset. Das tun wir hier hinten. Das Gerät startet dann neu und hierdurch wird dann die Erstsuche erneut gestartet, ausgelöst und man beginnt somit nochmals von vorne, um gegebenenfalls im zweiten Anlauf dann das Fahrzeugmodell zu erkennen. Nachdem wir jetzt die zweite Kontaktierung vorgenommen haben, haben wir zunächst nochmal die Kontaktierung mittels den Kahn-Crocotile dekontaktiert. Um nun zu überprüfen, ob auch über diesen Anschluss Daten kommen in der nächsten Variante, in der nächsten Software-Generation, und wenn man dann natürlich auch ein Kahn-Update bekommt, wird es dann so sein, dass dann jeweils separat signalisiert wird, ob von KAN-PUS 1 oder KAN-PUS 2 Daten geliefert werden. Da dies momentan noch nicht vorhanden ist, haben wir jetzt einfach nochmal abgewartet, sehen wie das Signal jetzt gerade ankommt und wissen somit auch, dass hier jetzt auch Telemetriedaten verhandelt sind. In anderen Videos wird noch gezeigt, dass hier oben eine Brücke betätigt werden muss, da hier kein Fleetboard kontaktiert ist und die Stecker auch frei offen liegen bleiben. Sparen wir uns dieses jetzt und sind dann somit mit der Kontaktierung von dem zweiten Telemetrieanschluss eben auch fertig. Um auszuschließen, dass der Anschluss von den Kahn-Crocotilen nachher aufgeht, haben wir hier jetzt nochmal zusätzlich einen Karbenbinder aufgebracht. Das Signal D8 haben wir hier an diesem Stecker, an das violett-weiße Kabel angeschlossen. Bei älteren Modellen ist es ein weißer Stecker, die D8-Schnittstelle hier unten im Sicherungsgasten. Bei neueren Modellen ist es dieser blaue, der zweite von unten in der vertikalen Leiste. Pin ist der zweite von unten zur Fahrzeugmitte hin. Farbe ist violett-hellgrau bzw. violett-weiß. Bei der Anbringung von GBS Auge in Bonn sollte man am besten eine zusätzliche Zange verwenden. Legt die dann hier an und drückt dann sehr fest. Und jetzt hat man gehört, wie es eingerastet ist. Also der Einrastpunkt ist sehr sehr hoch, sehr schwer. Das ist aber absichtlich so, weil man dadurch jegliche Vibration unterbrechen möchte. Also dass hier keinerlei Vibrationen stattfinden. Das GBS Auge in Bonn V2 hat einen Trägheitssensor integriert, was zur Fahrstil-Analyse genutzt werden kann. Und dementsprechend möchte man, dass da auch wirklich das Gerät satt aufsitzt. Hier hinten sehen wir jetzt, wie der Strich hier in der Flucht in etwa verschwindet. Somit weiß man, wann das Gerät verschlossen ist. Oder auch durch den, dass die Fakka-Stecker hier unten mittig sitzen. Und man hat ja auch gehört, wie es geknackt hat. Und es sitzt richtig fest. Es sitzt jetzt satt auf. Der Bordcomputer wurde soeben zurückgesetzt. Hier sieht man jetzt nochmal, wie wir das Kabel verstaut haben hier hinten dran. Und da wäre jetzt darauf zu achten, dass man unterhalb des Lüftungsschachts das Kabel verlegt, so dass es da nicht blockiert. Und jetzt auch genügend Platz. Wir sehen uns wieder. . . . . Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.